wieder da ich hör die sind alle selber je nur zwei ja gut eine ist unranket Renekton kriegt druck und er ist tot siehst du kamen spiel mal ohne team mates fählen sie alle easy slow jetzt glaube ich spät ja pass mal auf easy wer ja wer geht top muss ich wohl top ja der geht ja bot dann wenn du verrückt weil bei uns doppel ss ist er geht doch er trotzdem ist bei uns doppel ss durch die Gäste bin auf der top der sieht man wer die bessere ist und das nicht was machst du denn alle für die das ja ich bin die bessere ob er auch macht dabei ich komme zu dir an den holen aus ja immer noch Jo immer noch war was hat es noch gekillt ist die sie bei minuten treibt ich kann ich kann ich kann ich kann ich kann wurzeln geht drauf ich wurzel ich wurzel jetzt erst mal weg ja silber 4 die sind auf jeden fall alle silber alter was sind das für noobs alter ja ks halt ja sorry tight alter ich sollte dem glaube ich mal lieber sagen dass er weg gehen soll aber ich geh jetzt erstmal weg und du bist tot sagst du dazu nix das die ist schon die zweite Runde die die mit Skin man hatte mit mir die 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 er er das ist wenn ich trete die spielten mann mann wie soll ich eigentlich mit der spielspielten so gegen den Gegner das ist daran liegen dass du nur bist und die ich bekomme ich nur gehe ich noch bei mir ist es aber auch so aber das rank war heute echt SS bei uns Herbert Horn das Oh Meister okay den Meister müsste man müsste man eigentlich nicht haben aber das wird mal wieder easy peasy Digga ach das kotzt mich ebenso an an das kotzt mich auch an lol den hab ich jetzt als schlecht gewurzelt komm bissl näher Rippen dann wirst du von meinem Titan Sprössling angegriffen jetzt voll die alter so eine okay okay das Plus ist da was Tower Dive dir denn alter und was lässt du denn den 3 Nektorn verregge alter warte komm wir machen mal Titanite alter komm bash mal den Tower und lass den mal kommen mit dem mit dem mit dem mit dem mit dem kommen aber auch schon hat sich ja okay ich komme mal von hinten dass wir die auch mit sicherheit kriegen oder ich komme von vorne er kommt ja am liebsten von hinten kommt einfach von da ja bin ich doch von da heilig neid das haben wir zu befehlen von die hammer easy also da oben seht ihr noch ich muss mal weg ich hab kein mann mehr glaube ich oben ja äh battle party genau wie genau ne zu dir würdest verpassen wir passen ja ich bin dafür gut genug na ich würde sagen was ist denn das für ein master hier guck mal was sie sich kauft da ich verstehe halt nicht so genau was das hier für ein team ist wenn sie sich selber selber ihr wisst wie konnten die den silber werden alter dem überhaupt kein skill ja ich bin ja auch ja bei alter eke die alle aber ich finde die auch nicht mit und drei ja komm ja die riefen hätte ich vorhin beinahe im eins gegen eins gekriegt und da ist er weg easy pass mal auf die haben auch nur nahkämpfer aber gut wird zwar auch aber jahre 普 Mexico aber ich glaube ich glaube ich manchmal mach ich schon selber schnell und dann gehts zu mir ja Ja, easy. Wir müssen mal wieder ein paar Kills kriegen, Alter. Sehr geil, bisschen. Komm, renn, ey. Okay, da auf, ey. Komm fast hin. Your tight, Alter. Gewurzelt. Geslöht. Kann das sein, dass der irgendwie einen Disconnect hat, Alter? Wie wir machen denn nichts? Oh, Genie versucht unten gegen zwei. Ach, komm. Moment, ich komm von hinten. Die kriegen mal beide, die kriegen mal beide. Ich darf mal beide, Alter. Schick. Ja. Alex, was? Was? Not tight. Was ist denn? Na, sollte man auf der Zeit schauen. Schön. Was war los? Oh. Nee, nee, das ist ein bisschen abgekackt. Ja, nur ein bisschen abgekackt, ja. Okay, da hinten ist Sadie. Ich bin bester für die EU. Genau, Alter. Schlechteste vielleicht. Warum? Die Vida ist schlecht. Komm, wir ganken die mal. Bist du da? Ba-da-ba. Nee. Sicher? Ja, schön. Ja, die werden aber eh so rennen dann. Ja, ich tritt die ganze Zeit meine Ulti. Die, die, die. Na, jetzt geht's doch. Oh, Mann. Na, Yolo, komm dann pushen, mal da. Bist du mal Ulti gewählt? ich habe nur ein bisserl lol die kommen ja gar nicht ach da was kommen die denn von da Master ist AFK oder Master ist AFK kann das sein bei dem Typen würde ich auch AFK gehen das sind das primates oder ist er war da okay ich wurzel alle ich wurzel die na digga die hoppig doch fast hier oben noch ein paar hits dann ist sie weg oh da ohne oh du hast trotzdem geschaut ja hat er gedankt hat er gedankt ja da hinten ist er der set da ich kann es hat den Autos Männer kommt egal die sie noch finischen also du leckst wieder muss noch was mit deinem auch ja weil du weil dein internet am arsch ist deswegen ach ich kaufe einfach mal den mana manipulator bei Yolo und sie machen ja einfach so aller ich glaube bis bis wir haben das eh gefinished bis ich wieder weggehe jetzt hat geht es eigentlich nur noch um das ist noch genügend mana bis zum Schluss das macht abführen zu machen was brauchst du mal ja mal ich brauche mal nach Regeneration ja da ist uns habe ich kein für was ja dass ich meine Fähigkeiten machen kann ja ich weiß aber ich war gerade weg und dann kann man ja was lust bei da ist weg hast du die gerade gemacht ja teilt ja ja komm jetzt müssen wir die Speider ausnutzen da kommt oben aufreffen ich wurzel die wurzel sie gewurzelt halt alter na wart die Fahre oh mein Gott okay dann okay dann pushen wir das jetzt zu ende oder na warum glaub ich seit da ist mir halt noch boah, push ich halt den Open Tower, Alder. Er stirbt einfach mal ab, Arsch. Achso, jetzt können wir mal pushen, ne? Lol, wo ist denn der? Der hat über die Wand gemacht, Arsch, Kench. Ja, ja, Kench. Der läuft im Crash. Die erteilt, Alder. Broch, komm. Okay, komm, den immer noch mit. Komm, RKS, wir haben mal Zeit. Ja, scheiße, äh, scheiß Game. Geiles Game, ne?